Ich bin fertig. Ich geh wieder nach hinten. Mal gucken, ob da... Ah, ist wieder rot hier, der eine. Wulf macht den aber schon. Ah, der kommt zu mir mit, ne? Ja, warte. Warte, soll ich eben da hinten rennen? Rennen eben... Vorsicht, hab ich. Ich geb dir vorher... Bitte, bitte, bitte. Sehr schön, ist aktiviert. Witz. Ich bleib hier bei dem LKW dann. Ist schon mal für euch offen, ne, ne? Doch, einer jetzt gleich. Bei mir ist der auch ganz, ganz hinten offen. Mal gucken, ob der Japaner wieder drin ist hier. Oder Asiate, ja, gesagt, ja. 15, 14, 13. Ne, bei uns ist keiner drin. Ah, Wulf ist bei mir hinten. Wärts doch gut. Ja, aber soll ich lieber euch da vorne helfen? Ne, hier vorne ist grad nix. Achso, warte mal. Ich glaub, einer ist hier vorne, aber der ist irgendwo gesteckt. Ist das hier ein paar... Ja, ist er wieder. Sehr schön. Was ist er? Vorsicht, auf den Dach. Wir haben das alles frei. Danke. Ja. Vorne ist grad gar nichts. Ne, ich glaub. Wenn er sich beeilt... Okay. Wann kommt er denn? Läuft der jetzt mal endlich, oder was? Alter, was machst du denn jetzt? Komm. Komm mal mit nach vorne. Soll ich? Move it, genau. Jetzt kommt. Okay, er kommt. Oh, da kommt Hubschrauber hier. Zu mir. Ist das ein guter oder ein böser? Das ist ein böser. Böser. Im Prinzip gut, aber wir sind ja böse. Ja, stimmt. Okay, wenn ihr jetzt runterkommt, ein bisschen Hilfe, genau. Ja, wir kommen schon. Sehr schön. Äh? Wollen wir ein bisschen down, Alter? Ich helfe dir. Hab dich halt durch Deckung. Bitte drum. Aber im Moment... Okay. Im Moment war noch alles gut. Weißt du, lass ich nicht ein Munitionspack hier hin? Nee, da kann man hier auffrischen. Bevor wir jetzt wieder über die ganze Brücke gehen. Ich bin noch relativ voll. Hört man das nicht? So, so. Okay. Hier vorne ist auch noch ein Munitionspack. So, jetzt wieder schön zusammenbleiben diesmal. Ich bin hier vorne bei dem Taxi. Auf dem Taxi. Ja, warte, nicht zu weit nach vorne. Oh, es sind jetzt gar keine da. Jetzt lassen wir uns jetzt beeilen. Ganz schnell nach vorne. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Weil jetzt im Moment sehe ich hier überhaupt keinen. Ja, aber ich bin bei dem Typen, weil der hält manchmal an. Aber ich brauche halt ein bisschen länger, weil der... Oh, ich bin jetzt an der Hauptstelle wieder. Hier ist noch immer kein Polizist, Alter. Ohne Spaß. Jetzt kommen sie erst. Ja. Warte mal, wo seid ihr denn alle? Da hinten kommt er. Okay. Wie gesagt, jetzt kommen sie erst. Ja, man kann aber auch schon vorher auf sie schießen. Wenn die sich irgendwie abseilen oder sowas. Ja, genau. So, der Typ ist auch gleich mit euch. Okay, jetzt kommen, Alter. Nicht lange hier verharren. Die ist eng alles. Wenn es geht, so weit wie möglich nach vorne gehen. Einfach laufen. Alter, die ist einfach nur wie vorbeigelaufen. Scheiße. Stirb, du Sack. Wir müssen hier weg. Wir müssen auf das Dach hier oben. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, hier ist auch eine Treppe. Wo? Wo? Ach, da. Bei mir, wo ich bin. Ja. Und die ist gerade nicht... Okay. Oh, der Typ. Ich hab... Ich hab mir eigentlich schon gesagt, dass er mitkommen soll. Irgendwann kann ich... Ah, Mann. Dummes Kind. Jetzt kommt. Ah. Fuck. Wenig, Muni. Alter, warum kommt der nicht mit? Hör, ich bin down, Alter. Die Frau hat mich abgeknallt. Die Panzerfrau da. Was scheiße, ihr muss nachladen? Leifer. Leifer, Achtung. Okay, Woll. Oh, bitte, 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 bitte. Jetzt, Alter. Jetzt keinen Scheiß machen. Fuck. Lass mal hoch. Schild. Down. Ich bin ganz down. Das ist schon wieder so ein Eingang hier. Das ist doch scheiße, Alter. Ja. Aber der Typ da unten, der kommt... Ah, schon wieder, Alter. Okay, muss nachladen. Was macht er gerade? Fuck, der packt noch. Jetzt lass einfach mal weglaufen hier. Oh, das gibt's nicht, ey. Wieder down. In der Ecke liege ich. Auch down. Warte. Ah, fuck. Alles komm, beeil dich, bitte. Ich kann nicht. Dann lauf weg. Lauf irgendwo hin, Alter. Lauf irgendwo hin. Ja, zu spät. Hier ist alles voll. Die kommen von hinten, von vorne, überall her. Oh, das gibt es nicht, Alter, ey. Die kommen überall her. Von hinten hochgeklettert, von oben runter. Ey, wir müssen einfach schneller irgendwo machen, ey. Ohne Spaß, ey. Das ist... Ja, der Typ, der läuft zwei Meter und hockt sich dann wieder hin. Ja, ich weiß. Und das war halt unser Problem. Der hat sich hingehoppt. Und in dieser Zeit kamen dann die Leute. Und der kam einfach nicht mehr. Wenn kein Angriffswelle ist, wie Patrick und ich vorhin sagten, einfach durchlaufen. Weil da war keiner. Der Typ, der bleibt halt überall stehen. Ah, scheiße, ey. Ja. Also ich war die ganze Zeit erst beim Typen und dann wollte ich reingehen und dann ist er auf einmal angehalten wieder. Boah, fuck, ey. Dann war es zu spät. Oh, wir waren fast am Ziel, Alter, ey. Hm. Oh, fuck, ey. Oh. Na gut, kein Trübersaalblasen. Aber wir wissen, glaube ich, dass er im Hinteren ist. Ja, ja, so brauchen wir gar nicht die anderen aufmachen. Ist doch Schwachsinnig, ey. Der Bankenmanager, der war auch immer überall irgendwo anders. Das zweite Mal schon im gleichen Transporter. Ich würde sagen, wir machen trotzdem alle auf. Falls er doch mal irgendwo anders drin ist. Scheiße, ey. Es ist wahrscheinlich klar, dass er wieder ganz hinten drin ist, weil... ...oder da am allermeisten, äh, Weg braucht. Oh, ist die heftig, ey, die Mapier. Oh, ist die her... Scheiße. ...wennste, die ich... Also ohne Spaß... ...so ein, also, ne. Das gibt's gar nicht, ey. Ja, die kommen hier schon mit so Sicherheitsanzügen, auch die normalen, richtig. Verdammter Wichser hier, Alter. Äh, was ist eine dran? Also bei dem Hinteren. Vorsicht, selber. Fuck. Die verwichsten scheiß Passanten, Alter. Die bringe ich jetzt alle um mir. Die ganzen Mistkerle, ey. Wenn du dann einmal stirbst, dann kommst du gar nicht mehr rein. Das ist so ein Scheiß... Ey. So, das hinterher ist auch. Was fehlt da noch? Ah, ist wieder rot schon? Hä? Was ist das denn, ey? Ah, ne, ist noch gar nicht angebracht. Ich hab... Ich hab... Ich bin auch direkt nach hinten durchgelaufen. Ah, okay. Ich bin wieder hinten. Das gibt's nicht, Alter, ey. Wenn das jetzt... Ich leck hier wieder Muni hinfalls. Wulf, jetzt stehen wir hier gleich nicht im Weg. Wie vorhin. Aber der erste Hubschrauber kommt. Wo sind wir? Warte. Da. Oh, genau. Auf meiner Seite. Ja, klar. Dann ziel am besten mit dem Pabga nach oben. Dann machst du am meisten Schaden. Genau. Komm, wir sind ganz schön. Oh. Und ich hab mal die Befürchtung, dass wenn wir auf dem Gebäude oben drauf sind, dass wir da auch wieder auf den Hubschrauber warten müssen, der auch wieder... Weiß ich nicht, wie lange dauert, ey. Ja. Richtig gut vorstellen, ey. Ist wahrscheinlich eh so, aber... Ah, das eine ist rot. Ich geh schon hin. Bleibt ihr da hinten. Alter. Ja. Ja, es läuft wieder. Lala, kommen denn die Schüsse her, ey. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht. Scheiße. Ah, daher kommen sie. Fuck. Bei mir ist es wieder hier. Was ist hier? Geht's zurück? Ah, fuck. Wolf ist down. Ich hebe ihn gleich auf. Ja, wenn ihr merkt, dass ihr fast down seid, ey, dann verschwindet da lieber, ey. Scheiß, der Hund war drauf, ey. Ja, okay, dann verschwinde ich jetzt. Nein, 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 du gibst mir jetzt noch eben Feuerschlüsse, damit ich den Hund wiederholen kann. Ach so, ja, Ingmar, hast du bei dir viel los, Ingmar? Ne, gar nichts. Ja, dann komm mal hier. Ich brauche Hilfe hier. Dann sag doch was. Ich warte drauf, dass sie mich... Ich bin fast down und Patrick braucht auch Hilfe und... Wow, 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 wow. Oh, einer. Sieht überall. Scheiße. Kommt noch ein Schrauber her, ey. Oh, eine Bohrmaschine ist aus. Ja. Das ist jetzt meine Gerichtssorge. Ich hole mir die Munition. Meine Fresse, Alter. Dieses Unnormal, wie die zielen, ey, das ist doch schon... Nein, ich habe wieder Strom. Danke. Ich bin auch unter Strom. Ich bin down. Ich bin gerade bei dir. Danke. So, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Sägen da reparieren. So, warte mal. Die jetzt wieder hier machen. Und ganz hinten ist es, glaube ich, auch wieder down. Ich gehe wieder nach hinten. Genau, die ist auch down. Ich bin down. Ja, warte. So. Wie lange hier noch? 61 Sekunden. Guck mal, jetzt im Moment ist es wieder nichts, ey. Großartig, oder? Wo habt ihr da... Vorne die vorderste Säge hier. Doch, hier ist irgendwo einer. Oh, jetzt gerade habe ich Bäume im Bruch. Oh, jetzt ist es nicht gut. Das ist nicht gut. Sehr schön. Okay, laufen wieder alle. Oh, Wulf ist in Haft. Ja, klar. Ja, schon länger. Oh. Ach, die nicht so drauf. Ding, Mann hat eine Ketten-Säge hier. 20 Sekunden noch. Bei mir hier ganz hinten. Wo der normalerweise drin ist. Läuft weiter. Okay, gut, danke. Und wenn er jetzt wieder da drin ist, ohne Spaß, dann ist er immer da drin. 32 Sekunden, da kommen wir in den Hubschrauber. Wo? Oh, ein Munitionsbordel ist leer. Ah, das Hinde ist offen. Ich gucke mal kurz nach. Oh, da ist doch keiner drin. Also wechselt das die Position. Scheiße. Oh, oh. Noch drei Sekunden, die ganz... Lass doch nach dem Sack. Ich bin grad down. Ich helfe. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Okay, da war er auch nicht drin. Mal gucken, was hier ist. Da ist er auch nicht drin. Also er ist er in dem einen, da hinten. Hier ist er auch nicht drin. Hinten, wo ich jetzt hinlaufe. Da ist er, da steht er auch. Da steht er. Meine Fresse, Alter, wie viel die Schaden machen hier, ey. So, aber habt ihr alle genug Munition? Ja, mit voll. Ich hauere nicht. Aua. Okay. Dann steht er auch nur auf. Lauf. Ach, scheiße.